Herbst 1937 Die Kaiserliche Armee folgte dem kühnen Vorschlag von Oberstleutnant Yuki und gründete eine geheime Schule für Spione. Psst, sie gehörten zur Elite. Es waren acht Monster. Du bist also der Spion, den uns das Generalstabshauptquartier geschickt hat. Möchtest du dich vielleicht von uns ausbilden lassen? Ich könnte niemals so ein Monster werden, wie sie es sind. Dieser Kerl ist auf jeden Fall ein Spion. Besorgen Sie Beweise, die daran keinen Zweifel zulassen. Wir sollen also Beweise liefern? Es handelt sich hierbei um eine verdeckte Ermittlung. Stell dir vor, dass an diesem Tisch internationale Politik verhandelt wird. Gelangt man vorher an deine Informationen, wirst du nie gewinnen können. Weißt du, wir nennen unser Spielchen Joker Game. Gib dem Feind niemals Informationen preis. Verschwinde und zwar sofort! Zu töten oder Selbsttötung, das sind die schlechtesten Optionen für einen Spion. Wie werden wir vorgehen? Du wirst das Kommando übernehmen. Oberstleutnant Yuki hat wirklich fähige Männer rekrutiert. Wir müssen unverzüglich handeln. War das etwa eine Falle? Mission erledigt.